Komm und kämpfe! Lauf nicht dauernd weg! Na, warte! Hey, Sora! Alles klar bei dir? Dich mach ich fertig! Oh, Mann! Heute bin ich nicht gut drauf! Oh, Mann! Was soll'n das? Hast du echt gedacht, du kannst mich besiegen? Keine Konkurrenz! Hast'n paar Muckis mehr, hä? Aber noch keine Chance gegen Riku! Letztes Mal waren wir zu dritt gegen ihn und er hat uns alle fertig gemacht! Tja, Kairi kann wohl immer auf ihn zählen! Los, auf ihn! Ich glaub's nicht, wir haben echt verloren! Hey, das gibt's doch nicht! Hey, Leute! Wir haben uns selbst übertroffen! Nicht dein Tag heute, hä?